Jo Leute, was geht? Hier ist euer FreakingHop-Leuten-Video und heute zeige ich euch einen neuen Funny-Gitch oder Animations-Gitch wie ihr keine Buffine anhalten könnt. Das ist ein cooler Glitch. Allererstes braucht ihr den Spezialisten Firebreak und die Streaks, Drohne und Dart. Wenn ihr dann im Spiel seid, müsst ihr einfach nur eure Streaks mehr spielen und eure Spezialisten erhalten. Und dann stellt euch einfach nur noch von Abwickball hin, aktiviert euren Spezialisten, läuft Abwickball rein und wartet einfach nur noch bis ihr wieder euren Spezialisten habt. Dann drückt ihr einfach via L2 und R2, um den Spezialisten zu aktivieren. Dann geht einfach euren Dart, schießt ein paar mal gegen die Wand und da habt ihr schon den ersten Glitch, nämlich den Troll-Glitch, was ihr alle mit Darts habt. Und dann müsst ihr einfach nur Drohne einsetzen und dann habt ihr keine Waffe mehr in der Hand. Auf jeden Fall echt ein cooler Glitch und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Da gehe ich raus und tschau. Und tschau. Und tschau. Und tschau. Und tschau.